Heute ist Weltfrauentag und manche Männer schenken Frauen deswegen Blumen. Das ist eine nette Geste, aber echt nicht Sinn der Sache. Am Weltfrauentag geht es um die Gleichstellung der Geschlechter. Es soll informiert und sensibilisiert werden. Denn es gibt immer noch jede Menge Probleme. Statt den Tag immer mehr zu kommerzialisieren, solidarisiert euch lieber und macht auf die Sache aufmerksam. Das bringt am Ende sehr viel mehr als Blumen.